Herr Max Ja, hallo Ludwig Ach nichts, ich will einkaufen mit meiner Mutti Gehe ich heute in Nordstrom Ich kaufe zwei Händen und ein T-Shirt Die erste Hemd kostet 60 Euro und die zweite Hemd kostet 40 Euro Das T-Shirt kostet 20 Euro Ich kaufe ein Kleid für meine Frau auch Ja, das Kleid sind sehr schön Nein, ich will die Jeans, aber ich habe kein Geld Die Jeans sind so teuer Ja, ich muss mehr arbeiten All mein Geld ist für Kleidung, weil ich einkaufe ein Lieber Ja, ich muss gehen, ich habe einkaufen zu tun Auf Wiedersehen